Heute gibt es roten Saft aus der roten Slowstar Saftpresse. Ich habe für meinen roten Saft Paprika, Blutorangen, rote Beete und Äpfel bereitgestellt und werde das jetzt in die Slowstar Saftpresse geben. Sie kennen vielleicht diesen Entsafter schon, die Slowstar arbeitet bei nur 47 Umdrehungen, extrem langsam also. Natürlich bereitet sie den Saft trotzdem schnell zu, aber dadurch wird extrem wenig Sauerstoff in den Saft eingearbeitet und sie bekommen damit mehr Vitamine, mehr Enzyme und mehr Mineralien. Einfach mehr von allem. Ja, ich baue das gute Stück jetzt mal ganz fix zusammen. Dann kann es auch schon losgehen. Alles ist safe, nichts kann passieren und ich kann loslegen. Ich mache es einfach direkt im Betrieb und fülle die Zutaten ein. Okay. Und dann kann es noch losgehen. Die Zutaten sind so sehr schön, wie es in die Zutaten sind die Zutaten sind die Zutaten. Und dann kann es so vergessen, wenn es in die Zutaten geben kann auch hier zu sehen. Sie sind sehr gut, ich kann es nicht mehr rausgehen. Und dann kann es uns noch einmal hier zu schiften, dass die Zutaten sind von Zutaten, so sehr gut ist und es wird, Das war's. Das war's. So, und jetzt werde ich diesen wunderbaren Saft probieren. Das duftet nämlich total lecker auf sie und auf ihre Gesamtheit. Super lecker. Unbedingt ausprobieren.